Das müsste direkt hier oben sein. Das ist wirklich direkt nebenan. Ein paar Pilze. Zack. Die nehme ich. Dann speichern wir kurz. Hier sind wir. Japp, Lydia. Ich glaube, wir sind auf was sehr unschönes. Hm. Auf was sehr unschönes gestoßen. Na, Lydia? Wollen wir rein? Okay. Gucken wir mal. Was uns hier drin wohl erwartet? Ach, erstmal geht es wieder weit hinab. Das können wir auch ohne Schleichen machen. Aber ab hier würde ich dann jetzt doch schon in den Vorsichtig-Modus gehen. Und natürlich trotzdem einfach alles, alles nehmen, was es so gibt. Aber nicht ohne hier nochmal zu speichern. Ich habe mir so... Ich habe so das ungut Gefühl, dass hier Dwemer sein könnten. Ist das einer von ihnen? Ich war zu hoch. Okay. Er lebt auf jeden Fall nicht mehr. Geht fort von hier. Aber warum? Geht, geht, geht. Oh, der Ort ist definitiv verflucht. Trauger meine ich natürlich nicht Dwemer. Dwemer sind die alten Zwerge. Das ist ein bisschen was anderes. Hier haben wir ein Schalter-Rätsel. So wie es aussieht. Hm. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Buch zu tun haben könnte. Also wir haben sechs Bücher. Was meint ihr dazu? Vier Hebel. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal vor den Zeitaltern der Menschheit an. Oh, ist das was für Illusionen? Da seht ihr schon, wie viel es teilweise zu lesen geben könnte. Aber das hilft uns bei dem Rätsel jetzt nicht weiter. Okay, dann schließe das und öffne das andere. Bin ich gut oder bin ich gut, ja? Da geht's nicht mehr raus. Aber da müssen wir auch nicht raus. Noch nicht. Oh Gott. Hier ist eine Tür. Die kriegen wir bestimmt auf. An dem Ding können wir wohl einfach ziehen. Aber ich gucke erstmal, ob was hier hinter ist. Oh, ups. Das war anscheinend in der Standaleinstellung schon was richtiges. Ja. Das ist eine Falle. Aber ich denke, dass ich... So, ich gucke mal, wenn ich drauf trete. Oh. Das ist keine allzu gefährliche Falle. Du bist auch kein Böser? Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das noch eine Fälle sein könnte. Ja. Ich sehe es doch schon. Da ist ein Faden dran befestigt. Äh. Hoffentlich geht's von hier aus. What? Huh. Oh, Lydia. Gut, dass ich echt vorsichtig bin, was das angeht. Du müsstest mal ein Stück zurückkommen. Müsste etwas für mich tun. Was denn? Was braucht ihr? Äh. Wartet dort. Gut. Verstanden. Gut. Verstanden. Also es war abgeschlossen und es gab zwei Fallen. Verstanden. Ich glaube, jemand möchte wirklich nicht... Braucht ihr mich noch? Wir brechen auf. Folgt mir. Wie ihr befehlt, Tane. Äh. Ich glaube, dass hier wirklich jemand will, dass wir hier nicht weitergehen. Äh. Ich mag das nicht. Ich mag das alles ganz und gar nicht. Zwei Türen. Die ist normal. Die hat eine Falle. Puh. Wow. Das hört sehr lange nicht auf. Die scheinen keine Falle zu haben. Die könnten noch mehr Fallen sein. Hm. Weil es sind Einbalsamierungswerkzeuge. Und ich glaube, der Typ mag uns überhaupt nicht. Wow. Ähm. Der scheint ziemlich was drauf zu haben. Aber ich kann ihn... mit dem Schrei wegnehmen. Komm. Hey, alles in Ordnung? Oh, wow. Was zur Hölle war das? Okay. Warum war der jetzt so einfach? Ich glaube, weil Lydia wieder alles gemacht hat. Ich nehme erst mal alles mit, was er hat. Da hat er ein Tagebuch hinterlassen. Perfekt. Das Tagebuch von Vindelius... ...Gatharian. 18. Morgenstern. 4. Ära 200. Jahrhundert. Erfolg hat besser geklappt. Was will er denn machen? Noch ein Hügel. Nachforschung. Grabkammer. Zeit. Ungestört. wird Klaue. Er sucht also auch nach einer Klaue. Hügelgrab. Ich glaube, das war der Typ, der die Klaue... ...was mit der Klaue machen wollte. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Ah, da wird Wilhelm sich freuen. Der Beutel. Schöne kleine Sachen. Das Firmament. Nehmen wir mit. Und Magie vom Himmel nehmen wir auch mit. Die Dolch. Na klar. Jetzt wird alles gelootet. Oh, das hat nicht geklappt. Jetzt wird erst mal alles gelootet, was hier so... ...wertvolles ist. Und hier kann man auch schlafen. Der hat sich hier ein schönes Plätzchen gemacht. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein Geist war, sondern er hat nur so getan, als ob. Ich will mal trotzdem... Geht das? Oh, ich kann theoretisch die beiden Sachen kombinieren. Ich will aber eigentlich die beiden Sachen kombinieren. Und trotzdem erst mal den Bogen nehmen. Ich werde dann nach dem Aufnahmen mal... ...das machen mit dem... ...mit den Waffengruppen und so. Okay, Lydia. Wenn du Pech hast, verbrennst du jetzt. Ha. Hier gibt es also auch eine Klaue für. Ist das sogar die gleiche? Die Saphir-Drachen-Klaue. Die hier allerdings nirgends liegt. Okay. Okay, gut. Na gut, dann haben wir das tatsächlich noch geschafft. Das ist doch mal ganz angenehm. Dann zurück zu... ...Wilhelm und... ...dafür muss ich nur... ...unter Umständen kann man auch... ...bin immer noch da. Nein, Lydia. Ich wollte nur den Hebel anheben. Vielleicht können wir... Au! Okay. Der Hebel hat nicht geholfen. Uh, und das macht er jedes Mal okay. Also... ...müssen die beiden sein. Ich dachte vielleicht, es gäbe eine Möglichkeit... ...alle drei Sachen aufzuhalten... ...aber das geht nicht. Naja. Macht ja nichts. Die haben es überlebt, hey. Ich bin stolz... ...auf mich. Und die, die ja vor allem... ...die wieder mal die meiste Arbeit gemacht hat. So, wie wahrscheinlich noch lange... ...bis ich endlich besser werde. Ich meine... Achso, sind wir eigentlich nochmal aufgestiegen? Nein, immer noch nicht. Also es ist noch ein bisschen... ...bis ich noch stärker werde. So. Hoffentlich kommt nicht wieder ein Kult. Ich speichere nochmal. Warum nicht? Ich sagte es übrigens auch nur, damit ihr euch nicht einfach wundert... ...warum plötzlich das Spiel laggt. Ähm... ...denn... ...es ist leider so, dass... ...vor allem dadurch, dass die ganzen Mods installiert sind... ...das Spiel nicht... ...so laufen könnte, wie es normalerweise läuft. Jo. Ich möchte mit euch reden. Wir verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Warum? Okay, ist das hier das Richtige? Gibt es auf der kleinen Insel östlich von hier etwas... ...wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Aber das hat er doch schon mal mit was anderem erzählt. Das ist wohl ein verbundenes Quest. Ich habe doch den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Gaiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Ha. Ja, das habe ich im Feuersteinhügel gefunden. Tagebuch. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vendelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Tja. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Oh, wow. Okay. Er hat uns einfach mal diese vier Drachenklausel gegeben. Die, die wir brauchen. Entschuldigt, mein Herr. Ja, ich bin, glaube ich, aus Versehen in sie reingelaufen und sie hat sich entschuldigt. Sehr freundlich von ihr. Die ist viel netter als die anderen. Ähm. Dann gehen wir natürlich schnell nochmal zurück. Interessant, dass man das so machen muss, dass man erst rausgehen muss, dann wieder zurückgehen muss, wieder da reingehen muss, um dann wieder da rauszugehen und hier wieder reinzugehen und dann bis zu hinten, bis ganz hinten hinzugehen, um dann in die Kammer zu kommen, die uns wahrscheinlich töten wird. Aber es ist natürlich lustig, dass er die ganze Zeit dieser vier Drachenklaue hatte und der Typ hier versucht hat, die zu kriegen und dann war sie die ganze Zeit direkt vor ihm. Pech für ihn. Wenigstens haben wir bis jetzt keine Drauge entdeckt, was mich schon ganz glücklich macht. Es war das Ding und das Ding bei den Linken. Oh Gott, Lydia wurde beinahe zerstört. Die Türen sind alle offen, es sollte keine Falle im Weg sein, wir können einfach durchgehen. Ich muss höchstens noch einmal in die Klaue gucken, damit ich weiß, wie ähm, wie das Schlüsselwort ist. Das können wir hier mitmachen. Ähm. So, so war das. Motte, Eule, Bär, äh, Motte, Eule, Wolf. Oh, das zweite war richtig. Und das war auch richtig. Äh, ich muss das von hier machen. Motte, Eule, Wolf. Was? Motte, Eule, Wolf. Okay. Letztes Mal weiß ich, da war nichts Gutes hinter. Und diesmal? Oh Gott. Okay. Nichts Böses in der direkten Nähe. Und sogar noch ein schöner Stein. Die, die ja mir gefällt das mal wieder nicht. Oh Gott. Das sind doch, das sind doch bestimmt Traugergräber. Die sind auch noch zu. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich wusste es. Ich hab leider kaum noch Ausdauer übrig. Okay, sie ploppen wenigstens nicht alle gleichzeitig auf, was ganz nett ist. Nimm das. Nimm Feuer. Wow, das macht echt wenig Schaden. Und der andere kann auch noch Magie anwenden. Ich hab da nicht geklappt. Oh, das ist der Ruhrlose. Warum muss ich immer den Harten nehmen? Äh. Den Harten. Trauger. Treffen. Ähm. Nein, das Schwert. Ja, passt doch. Puh. Puh. Ist das alles, was ihr könnt? Komm schon. Komm. Puh. Sehr gut gekämpft, Lydia. Ich glaub, diesmal haben wir tatsächlich beide ganz gut gekämpft. Ich hab mindestens zwei von denen erwischt. Ähm. Das nehm ich alles mit.